Wenn du mich nicht mit der Kamera verbinden machst, bitte mach das weg, damit man den ganzen Kram nicht hört. Nein, ich mach das nur, solange du bist, du fertig bist. Dann spielen wir ja. Ich warte auf dich. Ich bin gerade im Game noch. Dann spiel auf dich und mach das. Ich hab einen. Das ist auch richtig gut zu spielen, um wirklich zu überleben. Ich spiele nicht Solo Showdown, aber... Trotz, wenn du Solo Showdown spielst, du wirst totgeballert von jeder Seite. Nein, bei mir nicht, ich bin nicht, geht bei mir. Bei mir kommen alle möglichen kranken Gegner. Warte, ich muss kurz ins Spiel-Shit. Ich komm gleich. Ich bin wieder da. Das war richtig schwierige... Schwierige, falls bei Tomate zu tun. Du weißt, ich spiel kein Kampf vor. Du spielst also ein anderes, warte. Warte, warte, sag ich, wie du das heißt, warte. Ich bin auf Schnellbau. Schnellbau, aber... Noch einer. Aber bei mir ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Warte, ich glaube nicht. Das wird von allen Seiten angegriffen. Ja, Mann, du hast... Du bist ja gar nicht zufrieden. Du hast du 52-nackern. Ich glaube, das ist komplett zufrieden. Ich glaube, du hast das nichts zufrieden. Ich glaube, du hast die Chance zufrieden. ich habe noch nie so ein fight but tomato tone gesehen wo ist der andere Loot? Der Team Daryl ist hier gestorben Ich habe gerade fast einen Typen mit in der Falle umgebracht so ein kleiner Ben Ich habe fünf Kills Wenn du mir gerne zugucken willst, dann guck mal, das ist vielmann Ich weiß aber nie Dann ist doch auch Wo ist der? Wo ist der Ben? Ich höre ihm den Ben Ich mach direkt den Puls gerade Und gib ihm Headshot Da fallen noch welche um den Loot shop Da Ich habe mir gedacht Ich habe mich angeschaut Ich habe mich angeschaut Ich habe mich angeschaut 6 kills habe ich schon 4 4 5 6 5 6 6 6 10 Ok, seid bitte leise, ich bin gerade in so ein Kranken-Game. Zwei Leute, boah. Mein Gott, ich bin fast gestorben. Wieder mal. Alter. Weißt du, was gerade bei mir alles geschieht? Ich sehe deine Leidung zu. Dicker, das ist so krass, ne? Ich gucke deine Leidung zu, ich wusste nicht, was bei mir alles geschieht. Oh mein Gott. Lass mich jetzt konzentrieren. War richtig. Puh. Yuan. Wrascht jetzt? Aha. 프he Das ist ein kleiner Blaumützen, Ben. Ich habe doch gerade etwas im Stream gesagt, das hörst du doch nicht, oder? Nein, ich gucke nicht mit so. Ich kämpfe gerade so krank weiterhin und habe neun Geld. Was ist das hier wirklich? Ich nehm noch ne epische Streitpaar und sehr viele Minis. Das kann mein epischer Sieg sein, Digga. Und vielleicht kann ich meinen Kill-Rekord überhaupt rechnen, Mann, im Solo. Mein Kill-Rekord war 16. Lern mal bitte leise. Okay. Ich muss kurz ins Spiel, Schatz. Ne, doch nicht, hat's verlassen. Ich hab's gesehen. Ich hab's unten gesehen. Ja, ich kann gar nicht. Ich kann jetzt nicht. Was scheint? sie es geht das eine gehen kann ist so schwierig noch nicht sein dass dieses eine einzige geht schwieriger ist als drei sologames man es gibt es ja jetzt im blauen dance und schaub aber nicht im ball kunst aber ich glaube wenn ich diesen winch schaffe krieg ich den blauen der zoller oh mein gott wenn wenn 10 kels brudi ich darf jetzt nicht im offenen länder getränkt wasser ist das mal weg weil damit dass damit das trap hole vorne ist es 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 wo sind die genau hier hinten bin ich safe genau alles mögliches gutes es das ist ein bisschen unnötig ich bin jetzt gleich dass ich will als ich kann 16 kills machen 16 16 wieder könnte ich wieder mein kiel record machen heute welche jetzt das job knapp knapp krankes game gutes game ich werde irgendwo weg ist angesnipet man irgendwo angesnipet ja sonst was jetzt benutzt weiterhin halbautomatische der mich so nicht treffen wird auch fast jetzt noch ein hat gut und das tod aber der typ da noch da oben der rumpf passt fast wirklich habe doch nie so ein solo game dort das so intensiv ist der ballert auf dem letzten ballert auf den letzten really ich muss ran muss an die sache ran ich habe kein reich ich möchte nicht ich hab richtig angst ich möchte nicht halten ich möchte nicht halten sing ich von juhu ich möchte nicht halten nicht ich sein berg ist nicht in der zone ich habe meinen Held ich habe meinen Held ich hab so viel Materialien, dass du so viel schießen kannst, wie du willst. Ich muss hier beide fighten, damit ich nicht sterbe. Diese eine Minute, bitte, diese eine Minute geht zu Ende. Da muss er von dir runter und dann bekämpfe ich sie beide. Und dann habe ich epischer Sieg. Also hier drin bleiben. Da ist kein epischer Sieg. Auf, Mann! Fight it! Ja! 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 Ja!